Ja, schönen guten Morgen und willkommen zum fünften Tag unserer Online-Stiftungswoche. Auch heute haben wir wieder zwei Webinare für Sie. Im ersten, jetzt um 10 Uhr, sprechen wir über Kooperation und Partnerschaft. Im zweiten dann um 11.30 Uhr über Online-Fundraising und wie Sie es auf Ihrer eigenen Webseite einsetzen und integrieren können. Wenn Stiftungen oder Vereine erkennen, dass Sie alleine an Ihre Grenzen stoßen und sich dann auf die Suche nach Unterstützung machen, bekommen Sie diese oft von erfahrenen Organisationen, Stiftungen, Unternehmen oder auch von Privatpersonen, die sich engagieren. Damit dann aber dieses Engagement erfolgreich ist, sollten Sie von Anfang an Aufgaben und Ziele klar verteilen. Worauf Sie besonders achten sollten, auch im Hinblick auf Rechts- und IT-Themen, das beschreibt Ihnen heute Philipp Hof. Philipp Hof ist Gründer und Geschäftsführer des Haus des Stiftens, das Stiftungen, Non-Profits und Unternehmen unterstützt, sich für gesellschaftliche Aufgaben zu engagieren. Ja, die Unterlagen, die Sie sehen, die schicken wir Ihnen dann im Nachgang zu und wenn Sie das Webinar noch einmal anhören möchten, können Sie dies dann ab nächster Woche machen. Alle Aufzeichnungen gibt es auf der Webseite der Online-Stiftungswoche. Ja, Philipp, damit übergebe ich an dich und wir sind gespannt auf die nächsten 60 Minuten. Vielen Dank, Sabine. Von meiner Seite auch willkommen bei unserem Webinar Kooperation und Partnerschaften. Ich würde gerne am Anfang ein paar Worte über mich sagen. Es macht das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher, um das einzuordnen, was dann im Laufe der nächsten Stunde von mir gesagt wird. Ich selber bin seit 1992 für Stifter und Non-Profits engagiert und war bis 1994 für Thomas Gottschalk und Alexander Brogier, Geschäftsführer ihrer beiden Stiftungen und ab 1995 hier mit dem Haus mit sehr vielen Stiftern und Non-Profits zugange. Und eigentlich von Beginn an, also von 1992 an, war das Thema Kooperation und Partnerschaften der wesentliche Punkt meiner Arbeit. Und das ist dann auch die Überleitung hier zum Haus. Das Haus, auch da geht es mir darum, einfach kurz die Verbindung zwischen Haus des Stiftens und dem Thema Kooperation und Engagement deutlich zu machen. Wir wollen als Haus dazu beitragen, dass immer mehr Stifter und Non-Profits schon mit kleinen Budgets große Wirkung erzielen können. Mit diesem Ziel unterstützen wir Engagierte gemeinsam mit unseren Partnern. Das heißt, auch in unserer eigenen Konzeption ist das Thema Partnerschaft einer der ganz zentralen Bausteine. Und das Zweite, warum das Thema Partnerschaft und Kooperation so wichtig ist, ist bei Stiftern und Non-Profits mit kleinen Budgets. Also da sprechen wir von Stiftungen und Non-Profits, die ein Jahresbudget haben, ich sage mal zwischen 5000 Euro und 500.000 Euro, die in der Regel damit auch kein hauptamtliches Team haben, sondern viel über Ehrenamt, unterschiedliche Strukturen, die koordiniert werden müssen, arbeiten und da wird es klar, dass, um dann etwas zu verändern, das Thema Kooperation von Beginn an eine ganz zentrale Rolle hat. Ich habe das einfach mal einmal versucht, in so eine Überschichtsfolie zu ziehen. Als Haus unterstützen wir 55.000 Stifter und Non-Profits. Das machen wir zum einen durch Webinare, wie auch das heutige, wo bisher über 20.000 Teilnehmer dabei waren, über unser Stifter helfen IT-Programm, wo Non-Profits und Stifter IT Spenden bekommen, über unser Vermögenspooling und über die Online-Verwaltung. Und im Hintergrund zu all diesen Themen gibt es Partner, die uns helfen, diese Angebote für Stifter und Non-Profits zu realisieren. Alleine wäre das undenkbar für uns. Umgekehrt gibt es Partner, die Angebote machen für Stifter und Non-Profits, die uns als Partner nutzen und wir im Hintergrund Unterstützungsleistungen geben. Also bei Treuhändern, wo wir im Hintergrund die Verwaltung machen, bei Organisationen, die eigene große Förderprogramme haben, wo wir im Hintergrund validieren, ob eine Non-Profit-Organisation, die gefördert werden soll, gemeine Züge ist oder nicht. Also von uns zentral ist dieses Thema Partnerschaften und das ist der Hintergrund, auf den sich die folgenden Folien beziehen, dass es deutlich wird, wo wir herkommen und was für Erfahrungen wir an der Stelle haben. Ganz wichtig für uns am Anfang abzuklären, Partnerschaften ist etwas, was von, ich sage mal, überspitzt von jedem ein bisschen anders definiert wird. Es gibt eben keine klare Definition. Je nachdem, aus was für einem Kontext man kommt, hat man unterschiedliche Bilder und auch Definitionen von Partnerschaft und Kooperation. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir am Anfang uns über den Begriff unterhalten oder dass wir das klarstellen, für uns verwenden wir Partnerschaft und Kooperation identisch und zwar für eine Gruppe von Akteuren, die sich über einen gewissen Zeitraum hinweg, das heißt nicht nur einmal kurz, sondern über eine gewisse Zeit hinweg, miteinander für eine gesellschaftliche Aufgabe einsetzen oder ein Projekt miteinander umsetzen. Abgrenzen davon tun wir den Begriff Förderung, den wir stark verwenden, wenn wir eine 1 zu 1 Beziehung haben, wo sich die Akteure nicht als Gemeinschaftsempfinden. Also ich habe einen Verein, eine Stiftung, die Geld erhält, einen Förderantrag irgendwo stellt, fragt man beide, habt ihr eine Partnerschaft oder habt ihr eine Förderung, dann gibt es da in der Regel klare Aussagen. Und wenn man das ein bisschen genauer analysiert, ist es meistens der Unterschied, die Wahrnehmung der gemeinsamen Beziehung. Das heißt, es ist keine rechtliche Abgrenzung, diese Begrifflichkeiten, sondern es ist die Abgrenzung, wie die Menschen sich selber empfinden. Und vielleicht das vorab, alles das, was jetzt im Folgenden kommt, ist leider so, dass es da keine klaren Strukturen und Begrifflichkeiten gibt, die gesetzt sind. Also anders, wenn man jetzt ein Webinar halten würde zum Thema Recht und Steuern, dann kann man sagen, so ist es. Das ist entweder ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb oder ein Zweckbetrieb, das ist gemeinnützig oder nicht gemeinnützig. Und man kann auf Bücher verweisen, wo das nachzulesen ist. Bei der Fragestellung, wie funktionieren Partnerschaften und Kooperationen und worauf ist zu achten, ist es sehr viel mehr Erfahrung, sehr viel mehr Graubereich. Ich habe versucht, im Folgenden das Ganze ein bisschen dahingehend zu systematisieren, dass ich bei all den Themen, wo meine persönliche Erfahrung bei dem Thema Partnerschaft und Kooperation zum Ausdruck kommt, habe ich das drüber geschrieben, also persönliche Einschätzung. Und bei den Sachen, wo ich glaube, das sind wirklich Effekts, die man auch gut nachlesen kann und wo es einen Konsens gibt, die habe ich versucht, an der Stelle auch deutlich zu machen, dass das eben jetzt keine persönliche Einschätzung ist, sondern dass ich da davon ausgehe, dass das so der allgemeine Konsens ist. Und jetzt fange ich gleich schon mit der ersten persönlichen Einschätzung an. Dass die gesellschaftlichen Aufgaben komplexer werden, habe ich den Eindruck, wird immer deutlicher, auch mit den Stiftern und Profit-Organisationen, Behörden, mit denen man spricht und auch, dass immer mehr für immer mehr Leute klar ist, keiner von uns, egal wie groß die Organisation ist, kann komplexe Aufgaben alleine lösen. Das heißt, der Aufbau von Partnerschaften ist zwar eine große Herausforderung, das wird immer wieder von den Beteiligten genannt, aber häufig wird es auch mittlerweile als alternativlos angesehen. Das heißt, wir müssen es gemeinsam angehen, weil keiner von uns bei den größeren Problemen wirklich etwas Nachhaltiges und Substantielles auf die Wege bringt. Von der Seite her ist das Thema aus meiner Sicht immer stärker im Augenmerk. Es wird immer deutlicher, dass es wichtig ist. Auf der anderen Seite ist es anders wie früher auch so, dass wir merken, auch von öffentlicher Seite her wird das Thema Partnerschaften deutlich stärker gewünscht, als es früher der Fall war. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, was mich sehr fasziniert hat. Wahrscheinlich sind vielen von Ihnen die Global Goals oder auch als Sustainable Development Goals bekannt. 17 Ziele, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat und die vor anderthalb Jahren ratifiziert worden sind, wo alle Staaten dieser Welt gesagt haben, okay, wir müssen, um unsere Welt lebenswert und zukunftsfähig zu halten, müssen wir uns auf klare Ziele einigen. Das betrifft jetzt nicht nur die Entwicklungsländer, sondern es betrifft uns alle. und das wird dann runtergebrochen auf, was heißt es in Deutschland, da ist das Thema keine Armut sicher anders als in Uganda, aber Innovation und Infrastruktur, Ziel 9, was heißt es in Deutschland. Das sind Themen, wo auf politischer Ebene ein hohes Augenmerk darauf gesetzt wird, die zu erreichen bis zum Jahre 2030. Das Erstaunliche, für mich zumindest Erstaunliche, war Ziel 17, nämlich Partnerschaften, um die Ziele zu erreichen. Das heißt, die Staatgemeinschaft sind hingegangen und haben das Thema Partnerschaften auf die höchste Ebene gestellt, die aus ihrer Sicht möglich ist, nämlich bei der Formulierung der Ziele. Ich glaube, das macht es deutlich, dass das Thema Partnerschaften auch auf Regierungsseite, auch auf Seiten großer Non-Profit-Organisationen, als extrem wichtig angesehen wird. Und wir merken es als Haus schon auch in dem Umgang mit Ministerien. Also das Ministerium hat jetzt angefangen, auch Mitarbeiter zu Organisationen wie uns zur Verfügung zu stellen, um das partnerschaftlich anzugehen. Also wir erleben es in den letzten Monaten, zwei, drei Jahren, dass das Thema Partnerschaft insgesamt wichtiger wird, aber eben auch die öffentliche Wahrnehmung, wir brauchen das, immer stärker zutage tritt. Ich würde Sie gerne bitten, einmal jetzt mir kurz zu sagen oder anzuklicken in Ihrem Bildschirm, ob Sie aktuell ein Projekt in Partnerschaft planen oder in Kürze eine Partnerschaft starten wollen. Dann weiß ich so ein bisschen mehr, was auch Ihre aktuelle Situation ist. Wäre nett, wenn Sie das kurz eingeben könnten. Ja, und Sie sehen die blaue Umfrage, die sich über die Präsentation gelagert hat. Ja, vielen Dank für die Regelteilnehmer. Über 80 Prozent haben auch schon geantwortet. Ihnen zur Info sind jetzt knapp 70 Teilnehmer, die hier mitvoten. Ja, wir sind durch. Vielen Dank für die Antworten. Ich zeige Ihnen die Ergebnisse. Und zwar 74 Prozent haben mit Ja geantwortet, 26 Prozent mit Nein. Vielen, vielen Dank. Das ist hilfreich, um einfach einzuschätzen, wie konkret das Thema Partnerschaften für Sie ist. Ich will Ihnen gerne das Thema Partnerschaften auf eine ein bisschen bildhafte Art und Weise vorstellen, weil wir keine Struktur gefunden haben, wo wir so aus der Theorie heraus gesehen haben, das ist eine Form von Typologisierung von Partnerschaften, die relativ verständlich ist. Und deswegen haben wir versucht, uns zwei Comic-Geschichten, Figuren zu nehmen. Einmal Batman und einmal Asterix und Obelix. Ich will versuchen, zwei Grundtypen von Partnerschaften anhand dieser beiden Prototypen darzustellen. Es ist völlig klar, dass Partnerschaften immer nicht eine Reinform von beiden sind. Aber wir haben gemerkt im Laufe der Jahre, dass es sehr hilfreich ist, sich so zwei Prototypen mal vor Auge zu führen, um selber dann zu entscheiden, was ist eigentlich mein eigenes Bild von Partnerschaften, was ich entweder habe oder was ich anstrebe. Und ich will die zweimal kurz vorstellen. Das eine ist die Batman-Partnerschaft. Und jetzt muss ich hier kurz gucken, wie es klickt. Auch sehr plakativ, aber bloß damit das Ganze an der Stelle deutlich wird. Batman ist der Boss in der Partnerschaft. Robin, sein Gehilfe. Alles läuft gut, solange Robin tut, was Batman ihm sagt. Der Erfolg, der Ruhm ist eindeutig auf Batman-Seite. Das heißt, der, der bekannt ist, ist Batman. Er ist derjenige, der Themen vorantreibt. Und er hat Unterstützer, die großteils im Hintergrund seine Arbeit, sein Wirken unterstützen. Das ist ein Grundtypus von Partnerschaften, die wir immer wieder in unterschiedlichsten Formen sehen. Ich habe einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, um deutlich zu machen, was das im Einzelnen ist. Also eine Stiftung will im Ausland ein Kinderprojekt aufbauen und sucht dafür eine regionale Hilfsperson. Also eine Organisation vor Ort, ein Verein vor Ort, der tut, was die Stiftung will. Sie bringt das Geld mit, sie hat vielleicht irgendeine Idee und die Organisation vor Ort setzt das Ganze dann so im Sinne der Stiftung entsprechend um. Das Ganze auch, ein Unternehmen setzt ein Förderprogramm auf und sucht dafür Organisationen, die diese mit umsetzen. Das sind alles Klarheiten oder alles Kooperationen, wo deutlich wird, einer von beiden weiß, wo es lang geht, hat die absolut dominante Rolle und sucht sich Helfer, um die Form von Partnerschaften so umzusetzen, wie es Batman oder der Stiftung oder dem Unternehmen gefällt. Das Ganze kann auch funktionieren, ich gehe nochmal zurück, das Ganze kann auch funktionieren umgekehrt. Also es heißt jetzt nicht immer nur, dass eine Stiftung oder ein Unternehmen oder ein Ministerium diese Rolle übernehmen muss. Es ist auch häufig, dass im Umfeld vom Haus hier Hilfsorganisationen klar sind, die sagen, ich möchte ein gewisses Projekt umsetzen. Und ich habe ein ganz klares Bild, wie das läuft, ich habe das Know-how, ich weiß, was die Zielgruppe ist und, und, und. Und sie sucht im Prinzip Robins, die ihnen an der Stelle helfen, indem sie mal Know-how oder für ein bestimmtes Thema irgendwie Infrastruktur geben, Geld zur Verfügung stellen, sich irgendwie begleiten, Türen öffnen. Aber die eigentliche Organisation, die diese Partnerschaft im Wesentlichen weiter treibt, ist an der Stelle die Hilfsorganisation. Das ist eines der Prototypen, die wir hier im Haus immer, wenn wir darüber sprechen, als Batman-Partnerschaft bezeichnen. Die zweite ist, die haben wir charakterisiert oder überschrieben mit der Asterix- und Obelix-Partnerschaft. Das ist eine, die sind in der Gruppe erfolgreich, sich in dem Fall gegen die Römer zu wehren. Das Interessante an dieser Partnerschaft aus meiner Sicht ist, dass der Erfolg abhängig ist, zwar von den einzelnen Akteuren, aber, wie in der Geschichte Asterix und Obelix, auch von Miraculix. Denn dieser sorgt im Hintergrund mit seinem Zaubertrank für den Erfolg, er sorgt dafür, dass jeder von einem wichtigen Angriff, von einer wichtigen Aktion mit dem Zaubertrank versorgt ist. Und eines auch, finde ich, sehr charakteristisch für solche Formen von Partnerschaften, nach dem Erfolg wird ausgiebig gemeinsam gefeiert. Auch hier gibt es unterschiedliche Beispiele. Ein kleines Beispiel ist auch hier diese Online-Stiftungswoche. Mehrere Stiftungen, Verbände, Hilfsorganisationen machen gemeinsam das Programm Online-Stiftungswoche. Es wird einer, in dem Fall waren es wir, mit bestimmten Themen zu der Hauptverantwortung der Umsetzung beauftragt, aber auch andere haben ganz klar definierte, vorher besprochene Aufgaben und Verantwortlichkeiten bekommen. Aber es ist ganz klar, wir machen das gemeinsam und keiner ist so, das ist nicht das Projekt vom Haus des Stiftens, auch nicht vom Stifterverband oder vom Bundesverband, sondern es ist ein Gemeinschaftsthema von uns. Ein anderes Beispiel, hier im Umfeld des Hauses, Don Bosco Stiftungszentrum, 200 Stiftungen und der Orden der Salesianer Don Boscos engagieren sich gemeinsam für junge Menschen. Die Don Bosco Stiftung übernimmt im Hintergrund die Rolle des Kümmerers. Sie koordiniert, sie stellt Verbindungen her zwischen einem Stifter und einem Projektleiter. Sie ist diejenige, die einlädt, einmal im Jahr zu einer großen Veranstaltung, wo alle 200 und auch die Projektmitarbeiter zusammenkommen. Und sich austauschen zu ihrem gemeinsamen Ziel, junge Menschen im In- und Ausland zu unterstützen. Ein anderes Beispiel aus unserem Umfeld ist StifterHelfen, unser IT-Portal, wo wir Spenden von großen Unternehmen an Non-Profits vermitteln. An der Stelle ist es eindeutig eine sehr enge Partnerschaft zwischen uns und der amerikanischen Non-Profit-Organisation TechSoup. Ohne TechSoup wäre es nicht möglich, weil Sie sind diejenige, die im Hintergrund die ganzen Technik-Themen machen. Sie haben die Datenbank programmiert, Sie haben die Infrastruktur gemacht, Sie haben eine große Struktur im Hintergrund. Wir sind der Partner, der vor Ort bestimmte Themen macht. Wir registrieren, wir haben hier sozusagen vor Ort die Kontakte, wir sind der erste Ansprechpartner. Aber es ist nicht so, dass es weder ein reines Projekt von uns ist, noch ein Projekt von TechSoup. Das heißt, keiner ist Batman. Es ist ganz klar, wir versuchen das in der Gruppe zu machen. Und mittlerweile ist es ein weltweites Netzwerk mit unterschiedlichen Partnern. Also es ist eine, bildlich gesprochen, eine sehr mittlerweile große Gruppe von Asterix, Obelix und Galliern in dieser Partnerschaft aktiv. Eine andere Form, die uns immer wieder begegnet, ist, eine deutsche Stiftung engagiert sich mit einem afrikanischen Partner für Aidsweisen. Aber nicht in der Form, dass es eben nur darum geht, einfach Geld hinzuschicken, sondern es werden Projekte definiert. Vertreter der deutschen Stiftungen sind vor Ort bei der Organisation in Afrika in einem Projektbeirat. Es wird regelmäßig ausgetauscht. Strategien werden gemeinsam besprochen. Und auch da ist es so, es wird als Kooperationsprojekt dargestellt. Jeder hat seinen Part und es ist nicht, weder nur die Stiftung, noch die Hilfsorganisation. Eine persönliche Einschätzung ist, vor einem Start einer jeden Partnerschaft sollten sich die Beteiligten sehr klar darüber sein, was für einen Typ von Partnerschaft sie wollen und wer welche Rolle einnehmen wird. Da sind diese beiden Prototypen Hilfsmittel. Es ist klar, dass es an der Stelle Mittelformen gibt in verschiedener Art und Weise. Trotzdem ist es interessant, das am Anfang der Partnerschaft zu machen. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wir nennen das eine Partnerschaftsvereinbarung. Wir legen die vor und sagen, das ist unser gemeinsames Ziel. Hier sind die einzelnen Perteiligten. Was bringt jeder in die Partnerschaft ein? Was sind die Rechte und Verpflichtungen? Das ist am Anfang manchmal ein bisschen holprig, weil sie auf ein gemeinsames Ziel zu vereinen, gar nicht so einfach. Und dann auch dieses, was bringe ich ein, die Frage stellen sich manche gar nicht so deutlich. Aber persönliche Einschätzung, das ist sehr hilfreich, wenn man das vor Ort oder am Anfang einer solchen Partnerschaft macht. Ich würde Sie jetzt bitten, nochmal eine Frage zu beantworten, nämlich die Rolle Ihrer Organisation innerhalb der Partnerschaften, die Sie sich zuordnen können. Entweder die Option, ja, wir sind Batman oder wir wollen Batman sein. Es ist klar, dass wir die treibende Kraft sein wollen. Ich bin Robin, ich will ganz klar einen anderen unterstützen, dass er im Rahmen der Partnerschaft die Hauptverantwortung, auch den Hauptruhm, die Hauptstruktur zur Verfügung stellt. Wir sind eher einer von Asterix und Obelix, wer immer das ist. Eine Alternative wäre noch, nein, ich kann die Rolle nicht gut zuordnen. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht und es ist mir auch völlig unklar, was wir eigentlich sind. Und die Fünften, das sind auch diejenigen, die keine Partnerschaft haben oder keine Partnerschaft planen, die klicken bitte auf die fünfte Möglichkeit. Vielen Dank. Ja, auch hier ist die Umfrage eng gespielt. Wir warten noch ein wenig. Ihnen auch noch zur Information, wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Kommentare, schreiben Sie uns doch diese bitte. Und das können Sie ganz einfach machen, wenn Sie im Chatfenster ganz unten bei Fragen klicken und dort, wie in der normalen Chatfunktion, können Sie uns dann schreiben. Ja, über die meisten haben gewählt. Wir sind über 80 Prozent. Ich warte noch ganz kurz. Vielen Dank. Dann zeige ich Ihnen auch hier die Ergebnisse. Und zwar 41 Prozent sagen, ja, wir fühlen uns als Asterix und Obelix oder eben ein anderer Bewohner aus dem gallischen Dorf. 29 Prozent sagen, na, ich kann die Rolle nicht so gut zuordnen. Also Antwort 4. 14 Prozent sagen, ja, wir sind Batman oder wollen Batman sein. Und jeweils 8 Prozent sagen, wir sind Robin oder wollen Robin sein. Oder die letzte Antwort, wir haben oder planen keine Partnerschaft. Vielen Dank. Das ist für mich sehr hilfreich, weil es deckt sich sehr mit meiner persönlichen Einschätzung. Viele von den Partnerschaften, die wir so erleben, sind im Bereich Asterix und Obelix oder viele wollen, dass sie in den Bereich kommen. Immer wieder treffen wir auf Organisationen, Stifter, Förderer, Unternehmen, auch Ministerien, die nicht von Anfang an, weil ihnen diese Begrifflichkeit natürlich fremd liegt, aber vom Inhalt her das Gefühl haben, sie wollen gerne Batman sein und suchen Partner, die sie im Prinzip im Hintergrund unterstützen. Nur die Problematik ist, dass die Rolle des Robin von immer weniger Akteuren übernommen werden will. Also immer mehr Stiftungen, selbst Privatpersonen fühlen sich häufig gar nicht mehr wohl in der Rolle, nur Robin zu sein, sondern würden lieber Asterix und Obelix irgendwie mit dabei sein, selbst wenn ihre Rolle innerhalb des gallischen Dorfs eine ganz kleine ist, aber das Gefühl, irgendwie wir machen was gemeinsam und ich bin da irgendwie mit dabei und ich habe da irgendeinen kleinen Anteil und beim Fest bin ich eingeladen und gehöre dann auch irgendwie mit dazu, nimmt immer stärker zu. Ich glaube, das ist ein kulturelles Phänomen. Früher, auch so wenn ich mir das Thema Großspenden, Fundraising oder Erbschaften anschaue, früher war es aus unserer Sicht stärker, die Leute gesagt haben, die Organisation macht das gut und ich gebe das einfach da ab und dann schauen wir weiter. Und in den letzten Jahren war es schon so, dass mehr versuchen, selber aktiv zu werden und ohne Robin funktioniert eben auch Batman nicht, weil Batman braucht Robin und wenn es keine Robins mehr gibt, habe ich auch nicht mehr die Möglichkeit auf eine Batman-Partnerschaft. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt im Folgenden vier Herausforderungen von Partnerschaften vorstellen will, die sich insbesondere auf diese Variante Asterix und Obelix beziehen. Es ist ganz klar, dass die Herausforderungen sehr anders sind, wenn ich eine Organisation habe, die die Richtung vorgibt, was das Thema Kultur, Recht, Kommunikation und Prozesse angeht, ist sie sehr stark auf diesen einen Partner ausgerichtet. Habe ich aber viele Akteure, die eigene Vorstellungen haben, die vielleicht eigene Ideen entwickeln, eigene Prozesse haben, dann wird das Ganze, wird dieses Thema Partnerschaft und Kooperation komplexer und diese Komplexität kann man meines Erachtens ganz gut in diese vier Teile strukturieren. Ich fange mit dem an, was ich als die Hauptherausforderung in Bezug auf Partnerschaften empfinde, nämlich die Unterschiedlichkeit der Partner und Akteure. Wenn man Partnerschaften hat, insbesondere wenn es so Asterix und Obelix Partnerschaften sind, und ich habe sehr große und sehr kleine Partner mit sehr unterschiedlichen Ressourcen, muss ich gucken, dass ich eine gemeinsame Struktur, eine gemeinsame Kultur auch habe, eine Kultur zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen Partnern ist häufig sehr unterschiedlich. Die Zeiten, wann sie telefonieren wollen, die Reaktionszeiten, auch die regionale Prägung der Partner. Also wir machen jetzt selber, sind wir in der Partnerschaft mit USA, mit TechSoup, die Art und Weise, wie die Kollegen bei TechSoup ticken und die Art und Weise, wie sie umgehen, ist eine deutlich andere, als wenn wir Partnerschaften mitbekommen, wo Projekte oder Stiftungen mit Projekten in Afrika. Das gleiche mit Asien. Also die regionale Prägung spielt eine große Rolle. Auch wichtig ist dieses Thema, unterschiedliche Werte glauben der einzelnen Akteure. Für viele ist das ein sehr weicher Faktor, denkt sich, ja klar, muss man schon irgendwie im Blick haben, aber die Kultur und die Herausforderung, wenn ich verschiedene Leute habe, die alle ein Ziel haben und die unter einen Hut zu bringen und eine Kultur zu schaffen, die produktiv ist, ist aus unserer Sicht der Schlüssel zu dem Thema. Eine Sache, die viele von Ihnen werden es kennen, diese auch, also die Unterschiedlichkeit der Personen. Also zusätzlich zu diesen kulturellen Themen habe ich auch in Deutschland und in Kooperationen, die um die Ecke liegen, habe ich sehr unterschiedliche Typen. Also blaue, die sind sehr zahlenorientiert. Das heißt, die wollen, wenn sie eine Partnerschaft angehen, von dem anderen möglichst schnell, möglichst konkrete Zahlen und Excel-Listen haben. Der Feuerrote braucht ein Projekt, wo er das Gefühl hat, da macht er hier alles neu und das ist richtig was ganz Besonderes. Der ist emotional, geht nach außen. Der grüne Partner, merkt man in dem Zusammenarbeiten, für den ist wichtig, dass man nicht nur über den Inhalt redet, sondern auch auf ein Glas Wein sich hinsetzt und zu Weihnachten telefoniert. Solche Themen spielen da eine Rolle und das sonnengelbe, überzeugend, redige Wand, der braucht was, was er nach außen hin vermitteln kann. Es gibt unterschiedliche Typologien. Ich will da auch gar nicht an der Stelle zu stark eingehen. Ich halte auch diese Typologien für nur einen Ansatz bei dem Thema Kooperation. Aber wichtig ist, unterschätzen Sie bei den Partnerschaften nicht das Kulturelle. Wenn irgendwas gut läuft und was schlecht läuft, analysieren Sie, wie Sie die Kultur der Partnerschaft einschätzen und analysieren Sie genau vielleicht, welche Motivationen und Hintergründe hinter den einzelnen Personen liegen. Es ist manchmal wichtiger als inhaltliche Fragen. Die nächste Folie geht in die gleiche Richtung. Die Beziehung unter den einzelnen Akteuren ist einfach da bei der Kultur ein zentraler Punkt. Da ist es hilfreich, diese drei Ebenen immer wieder zu differenzieren. Einmal die positive Begegnung auf der idealen Ebene. Es gibt Sitzungen, da wird nur über Inhalt gesprochen. Die Menschen, die eigentlich da sitzen, gerade ehrenamtliche oder sehr begeisterte Menschen, die wollen auch immer wieder am Anfang hören, für was machen wir das eigentlich? Was ist eigentlich die Idee, warum setzen wir uns hierfür ein? Das braucht einen Platz auch in Besprechungen. Dann die positive Begegnung auf der persönlichen Ebene. Wir wollen das gemeinsam machen. Dieses partnerschaftliche Gefühl, man geht vielleicht nachher noch ein Bier trinken, man redet mal auch über etwas anderes, ist für manche genauso wichtig wie der Inhalt. Und das dritte, eben die sachliche Ebene, fachliche Arbeit, Wirkung, wie arbeiten wir zusammen? Alle sind wichtig. Schauen Sie nur, dass Sie, gerade wenn es schwierig wird, dass diese drei Ebenen immer klar analysiert werden können und sagen, wenn es nicht klappt, woran liegt es eigentlich wirklich? Die persönliche Einschätzung ist an der Stelle sehr deutlich, Kultur schlägt Struktur. Wenn man eine gute kulturelle Basis hat, sind viele Herausforderungen in partnerschaftlichen Lösen. Wenn nicht, werden Partnerschaften sehr mühsam. Und das kommt vielleicht jetzt auch noch gleich im Anschluss, wo dann diese Hemmnisse bei den anderen Themen liegen. Aber Fokus, schauen Sie sich immer die kulturelle Ebene an. Bei dem rechtlichen ist es jetzt Gott sei Dank ein bisschen einfacher, weil da gibt es ganz klare Rahmenbedingungen und Strukturen, wo man sagen kann, eine Partnerschaft ist entweder in Gefahr, insbesondere in Bezug auf Haftungs- und in Bezug auf Steuerthemen. Viele gehen in eine Partnerschaft rein und machen sich im Vorfeld nicht viele Gedanken, wie man eigentlich solche Partnerschaften, hier wurde der Begriff Kooperation gewählt, ich habe mich da bei den Anwälten hier im Hause bedient, die zu diesem Thema Kooperation und Partnerschaften ein eigenes Webinar vor längerer Zeit gemacht haben und die mir erlaubt haben, ich darf ihre drei Übersichtsfolien hier verwenden. Die haben eine zivilrechtliche Einordnung gemacht. Das eine ist ein schuldrechtlicher Vertrag, das geht stärker in Richtung Batman. Einer ist stark in der Führungsrolle und es gibt Einzelverträge, wo er dann sagt, Fördervereinbarung, du hilfst mir, es gibt einen Dienstvertrag oder einen Mietvertrag. Gesellschaft, bürgerschaftlichen Recht ist mehr dieses Thema, wir machen was gemeinsam und da gibt es zwei Ausprägungen, nämlich die Innengesellschaft und die Außengesellschaft. Ich gehe da gleich noch drauf ein. Zielsetzung ist da eine gemeinsame Zweckverfolgung. Das heißt, Asterix und Obelix ist stärker auf der rechten Seite. Wichtig bei den rechtlichen Strukturen von Partnerschaften ist, sich darüber im Klaren zu sein, was für eine Verbindlichkeit habe ich in der Partnerschaft. Völlig unkritisch, rechtlich, steuerrechtlich, haftungsrechtlich ist, wenn wechselseitige Leistungsverpflichtungen der Kooperationspartner nicht vorliegen. Also wenn ich einen Arbeitskreis habe, man diskutiert, man tauscht Informationen aus, aber es gibt keine schriftliche Verpflichtung zum Einsatz von Ressourcen. Wenn es nämlich die gibt, diese verbindliche Kooperation, dann ist man sehr schnell in dieser sogenannten BGB-Gesellschaft. Das heißt, da entsteht rechtlich und steuerliche Auswirkungen, die es zu beachten gibt. Und da würde ich Ihnen sehr empfehlen, sich dessen immer wieder bewusst zu machen, wo Sie da gerade stehen. Wir haben jetzt mal hier ein Beispiel herausgenommen, eine gemeinsame Fachtage. Eine Stiftung und eine Universität, eine Hilfsorganisation wollen eine gemeinsame Fachtage machen. Für beide ist es Zweckverwirklichung. Jeder Partner verfolgt durch die gemeinschaftliche Projektausführung seinen eigenen Zweck. Es gibt eine individuelle Ausgestaltung von Vertrag, Regelung, Haftung etc. Partner schließen jeweils eigene Verträge mit Dritten, weil der eine kümmert sich um den Raum, da muss irgendein Ketterer beauftragt werden oder eine Miete erstellt werden, wie immer. Die Gefahr, und die ist nicht zu unterschätzen, die Gefahr ist, die Finanzverwaltung wertet diese Struktur in den meisten Fällen als BGB-Gesellschaft. Das heißt, man geht davon aus, das sind nicht mehr zwei einzelne Organisationen, die was machen, sondern es gibt eigentlich, hatte ich rechtlich gesehen, eine BGB-Gesellschaft aus diesen beiden, die selber aktiv werden und diese Kooperation umsetzt. Und da gibt es rechtlich gesehen eben Handlungsbedarf, insbesondere bei der Außengesellschaft. Und zwar die Außengesellschaft entsteht, wenn sie nach außen hin sichtbar gemeinsam auftreten. Also es gibt einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt mit einer Webseite, Projektdurchführung auf gemeinsame Rechnung, Handeln für alle Kooperationspartner, Bezeichnung manchmal sogar als Gesellschaft. Wichtig ist, dass sobald sie so auftreten, als wäre es eine eigene Gesellschaft, sind sie das faktisch auch, mit den Konsequenzen, dass diese eigene Gesellschaft selber als Rechtssubjekt gesehen wird. Und das hat zum Teil erhebliche Konsequenzen, nämlich, dass man unter Umständen eine eigene Buchführung führen muss, dass es steuerrechtlich eine völlige Anlassgeschichte ist, dass nicht mehr automatisch die Versicherung, die einer hat, auch die gemeinsame Außengesellschaft funktioniert. Deswegen ist es an der Stelle rechtlich besonders wichtig, immer zu klären, gibt es trotzdem, dass man als Asterix und Obelix da ist, aber gibt es einen, der als Miraculix oder wie immer man ihn bezeichnet, aber auch die Funktion hat, wirklicher Projektträger zu sein, der die Rechtsbeziehung dann auch als Organisation hat, damit dann klar wird, das wird nicht so ein Mischmasch, sondern dann ist klar, das muss eine Organisation in diesem Konsortium, ist der Träger des gemeinsamen Projekts. Es gibt unterschiedliche Partner, die sich einbringen, aber einer hat rechtlich gesehen den Hut auf. Das kann man auch verteilen, dass man sagt, in dem einen Fall ist es hier, in dem anderen Fall ist es hier, aber das muss nach außen hin deutlich werden. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, immer wieder auf dieses Thema zu schauen, wer ist eigentlich der, der jetzt gerade agiert. Kann man klar sagen, es ist eine Organisation oder es sind mehrere, weil sie steuerrechtlich und rechtlich in Schwierigkeiten kommen, wenn sie darauf nicht achten. Also bei der Außengesellschaft, das geht ganz klar. Die persönliche Einschätzung und Empfehlung ist, versuchen Sie auch bei Asterix und Oberlix Partnerschaften immer eine Organisation als Träger des Partnerprojekts zu definieren, dann werden rechtliche Strukturen viel einfacher in der Zuordnung. Der zweite große Handlungs- oder Herausforderungsbereich ist das Thema Kommunikation. Hier einige Punkte, die man aus unserer Sicht bedenken sollte. Eben diese Frage, gibt es einen eigenen Außenauftritt oder es ist die Unterseite eines Partners? Das hat rechtlich ein paar Konsequenzen, aber auch vom Gefühl her. Machen Sie eine Partnerschaft mit fünf anderen und den einzigen öffentlichen Auftritt, den es gibt, ist auf einer Unterseite eines Partners. Gehen die anderen kommunikativ eher nach unten? Dann auch die Frage, Grußworte. Wie ist es, also wenn Sie sechs Leute haben, die irgendwie gemeinsam was machen, oder sechs Organisationen, wer begrüßt? Sind das alle sechs? Geschäftsführer, Vorstände, Mitarbeiter von den einzelnen Organisationen? Oder ist es einer? Ist die Bildsprache so, dass sie versucht, eine Gemeinsamkeit deutlich zu machen? Oder ist es stark geprägt von einem? Und auch das Thema Verlinkung, seien Sie einfach vorsichtig bei dem Thema Verlinkung bei Partnerschaften, dass Sie sich immer darüber im Klaren sein, ist es ein ideeller Partner, fließt Geld, oder ist es auch eine Verlinkung gegenüber wirtschaftlichen Partnern, weil sie da relativ schnell in Sponsoring-Themen reinkommen. Ich habe Ihnen da ein Beispiel mitgebracht, was Sie kennen, nämlich die Online-Stiftungswoche, weil das ist für uns ein Beispiel von einer Partnerschaft, die nach dem Modell Asterix und Obelix funktioniert, nämlich wir haben sie nicht als Unterseite vom Haus des Stiftens aufgesetzt, sondern wir haben einen eigenen Auftritt daraus gemacht. Oben stehen die Partner, es ist erstmal offen, es ist auch von der Branding- oder von der Bildsprache her mal ein bisschen breiter gehalten, es ist schon angelehnt an uns, weil es einfach praktischer war, aber vom Grundsatz her ist es etwas, wo wir darauf geachtet haben, auch nicht das Haus des Stiftens oben als Logo hinzusetzen und sagen, wir machen, obwohl wir Träger sind und letztlich auch die Verantwortung dafür tragen, für die Umsetzung, auch für die Kommunikationsarbeit, haben wir uns da ganz bewusst zurückgenommen und unten dann versucht, eine ganz klare, auch mit den Anwälten abgestimmte Struktur zu machen. Initiative ist die Stiftung Stifter für Stifter, von der kam die Idee, die stellen Referenten, die hatten das Idee, Mensch, Stifter und Vereine brauchen Webinare, das wäre gut, wenn wir das diese Woche veranstalten. Partnerschaft Bundesverband, Stifterverband, Deutsche Stiftungsakademie, die aktiv mitgewirkt haben, bei der Planung, bei den Referenten, bei der Diskussion, bei der Öffentlichkeitsarbeit, aber klar, der Projektträger sind eindeutig wir. Und das ist für die Prüfung dann auch beim Finanzamt, sind solche Übersichten extrem wichtig, um klar zu machen, wer hat eigentlich was gemacht, was passiert, wenn hier falsche Logos oder Bildrechte verletzt worden wird, bei so einer Dokumentation auf so einer Internetseite. Als Projektträger sind wir verantwortlicher für die Internetseite und damit auch verantwortlich für die Bildrechte. Und wenn irgendwas falsch ist, dann müssen wir dafür gerade stehen. Das war der dritte Bereich, also Kommunikation. Der vierte ist Prozesse und IT. Auch da ist es so, habe ich eine Batman-Struktur, bin ich relativ einfach aufgesetzt, weil ich habe eine Organisation, die hat ihre Software, die hat ihre Prozesse, da laufen die wesentlichen Prozesse. Schwieriger wird es, wenn ich irgendwie fünf oder drei oder zehn Akteure habe, vielleicht auch noch unterschiedlicher Größe, weil dann sind Themen wie, wer lädt eigentlich zu so einer Veranstaltung ein. Es gibt Adressen von A, B, C, wie werden Dubletten rausgekriegt, wie führe ich überhaupt mal die Adressen zusammen, dass ich mal eine Übersicht habe, wenn man eigentlich einlädt zu einer Veranstaltung. Dabei das Thema Datenschutz ist nicht zu unterschätzen, das heißt, bloß weil ich als Haus des Stiftens Adressen habe, darf ich die nicht irgendwelchen anderen Partnern einfach so zur Verfügung stellen und muss sicherstellen, dass die, wenn es gemacht wird, nur für diesen einen Zweck zur Verfügung gestellt werden. Auch Vereinbarungen, dass diese Adressen nicht anderweitig verwendet werden, sind wichtig. Zugang zu Dokumenten, hilfreich ist es, wenn man Strukturen hat, wo man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann, wie organisiert man es. Gemeinsamer Zugang zu Software- und Intelligenzbedingungen, wenn man wirklich große Projekte gemeinsam über einen längeren Zeitraum hat, muss man sich darüber Gedanken machen, wer arbeitet eigentlich an solchen Prozessen, wer kann Briefe schreiben, wer kann auf die Adressen zuordnen, da ist es schon hilfreich, auch Software gemeinsam zu nutzen. Das ist nicht trivial bei Partnerschaften, weil Lizenzbedingungen in der Regel immer so sind, ich kaufe mir eine Software und deswegen darf nicht einer meiner Partner diese Software automatisch nutzen. Also das sind Themen, je mehr Partner involviert sind, desto wichtiger ist das Thema Prozesse und IT. Da gibt es Lösungen, man muss nur einfach sich am Anfang darüber im Klaren sein, dass das ein Thema ist, was nicht von selber kommt und auch allen Beteiligten die Chancen und Grenzen klar machen, sonst entsteht einfach Frust, weil die Leute, wenn sie dann das Gefühl haben, sie kommen nicht an die richtigen Informationen rein, sie sind immer abgeschnitten von denen, das sind Sachen, die in der Partnerschaft häufig dann zu Problemen führen. Ich will noch am Schluss eine Sonderform kurz eingehen, nämlich die Aufbau von Partnerschaften zwischen Stiftern und Non-Profits. Das ist etwas, was wir als Haus hier seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv begleiten und betreuen, weil wir wissen, gerade Stifter brauchen in Zukunft verstärkte Non-Profit-Organisationen, um wirklich gesellschaftlichen Wandel und positive Effekte zu machen. In der Regel haben sie Geld, gerade kleine Stiftungen haben Geld und meistens nicht wahnsinnig viel Wissen über die Veränderungsprozesse. Deswegen ist es wichtig, die richtigen Partner zu finden, mit denen die ihre Ziele umsetzen können. Umgekehrt merken wir, dass auch viele Non-Profit-Organisationen, die neue Ideen haben, merken also so ganz ohne Partner oder ohne Finanzierung, ohne Leute, die uns da unterstützen, kriegen wir es nicht hin. Wir haben zwei Dokumente erstellt, das sind jeweils Broschüren, wo wir versucht haben, aus der einen und aus der anderen Richtung deutlich zu machen, was ist eigentlich wichtig, wenn ich als Hilfsorganisation Partnerschaften entwickeln will, worauf muss ich gucken, was ist der Vorteil, an den ich rangehe. Wir haben eine Broschüre für Stifter entwickelt, wo auch klar wird, warum ist Partnerschaften wichtig. Viele Stifter kommen hier rein und haben eigentlich am Anfang das Gefühl, ich kann das jetzt erstmal selber, warum brauche ich irgendeine Hilfsorganisation? Ich habe Geld und ich stelle mir das vor, dass es nach meiner Idee läuft. Da ein bisschen Verständnis und Best-Practice-Beispiele zu zeigen, warum es für Stiftern sinnvoll ist, in Partnerschaften mit Non-Profits Dinge anzugehen. Wir haben diese Schriftenreihe, Plan B haben wir es genannt, weil Plan A ist immer so dieses Normale, ich mache es alleine, deswegen Plan B ist, nein, wir machen es gemeinsam. Das haben wir zum Download kostenlos zur Verfügung gestellt, mit der Zielsetzung einfach da ein bisschen Verständnis für die andere Seite zu schaffen. Wir würden aber auch sowohl Stiftern als auch Unternehmen oder Ministerien, Ministerien, Vereine, Verbände, Kirchengemeinden, die bei dem Thema Partnerschaften unter Engagierten konkrete Fragen haben, wo sie sagen, ja, ich habe das jetzt irgendwie gesehen und ich bin an der und der Stelle, wir machen, wir sind eine gemeinnützige GmbH und unser Thema ist oder unsere Gemeinnützigkeit ist Förderung bürgerschaftlichen Engagements. Das heißt, wir stehen gerne für ein Orientierungsgespräch zur Verfügung, versuchen mal mit Ihnen entweder hier im Haus oder telefonisch Themen vielleicht zu klären. Sie müssen verstehen, das geht jetzt nicht in eine dauerhafte Beratung und Begleitung über, die ist möglich, aber die können wir nicht kostenlos machen. Aber uns ist es da wichtig, am Anfang einfach das Thema Partnerschaften, wo stehe ich, wie werden sie am Anfang richtig aufgesetzt, dass das weitergeht, weil wir sind überzeugt davon, dass dieses Thema Partnerschaften für uns alle, auch für uns als Gesellschaft extrem wichtig wird und wir merken jetzt in den letzten 20 Jahren, die Engagierten, die das in Partnerschaften machen, sind deutlich zufriedener mit ihrem Engagement, als die, die es alleine machen. Also wir haben viele Stifter, die irgendwie hier mal Geld eingezahlt haben, angefangen haben, Unternehmen, die so angefangen haben und so das Gefühl haben, ja, das habe ich jetzt gemacht, aber irgendwie ist da nie der Funken gesprungen. Und bei denen, wo der Funken nach zehn Jahren, wo sie das Gefühl haben, ja, das war richtig, was wir gemacht haben, war eigentlich immer ein kleines Partnerschaftsgeflecht da, wo sie sich gut und gut aufgehoben gefühlt haben. Deswegen glauben wir nicht nur, es ist inhaltlich richtig, sondern es ist auch für die Beteiligten so, dass das Engagement mit Partnerschaften zu mehr Wirkung und auch zu mehr Zufriedenheit bei den Einzelnen führt. Und wenn wir da einen Beitrag für Sie leisten können, tun wir das gerne. Soweit meine Folien und meine Einführung zum Thema Kooperation und Partnerschaften. Ich würde mich freuen, wenn jetzt von Ihrer Seite her noch Fragen kommen, irgendwelche Anregungen, Anmerkungen. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit und ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ich sage ganz herzlichen Dank, schalte mich zu. Ja, es kommen ganz viele Fragen. Und wir werden gleich damit starten. Ja, etliche Fragen außer zu der Einordnung. Asterix, Obelix, Batman, auch symbolisch gesehen, wie kann eine Asterix, Obelix Gruppe denn einen Batman integrieren? In vielen Fällen gibt es in diesen Asterix und Obelix Partnerschaften einen, der sowohl die Fähigkeiten hat, als auch den Wunsch hat, eine besondere Rolle rauszunehmen. Auch bei Asterix und Obelix, das gallische Dorf hat, glaube ich, wenn man so sieht, wenn Sie feiern, 50, 60 Leute. Aber Asterix oder Obelix haben in der Regel die zentrale Funktion in dieser Gruppe. Das ist durchaus auch denkbar in solchen Konstellationen. Wichtig ist nur, dass sich Asterix oder Obelix, sprich derjenige, der den Hauptrum abnimmt, also der Batman, darüber klar ist, dass er die anderen mitnimmt. Dass er versucht, auch den Platz zu lassen, um zu sagen, aber auch dein Beitrag ist wichtig und ich informiere dich und ich lade dich ein und du bist mit dabei und nicht die anderen nach und nach rausdrängt. Wenn man Leute hat, die dieses Miteinander nicht als wirklichen Wert sehen, dann wird es schwer, die Integration, aber wenn klar wird, ich habe eine starke Person, eher die von Batman geprägt ist, aber die will trotzdem viele mit ins Boot nehmen und nicht wie Robins hinschieben und sagen, also ich habe zwar einige, aber eigentlich haben die keine Rolle, sondern sie auch als Gruppe und als Team irgendwie präsentieren, dann ist es möglich, solange auch Batman wirklich integrieren will und ein Miteinander zumindest auch in der Außendarstellung akzeptiert. Ganz andere Frage, du hast gesprochen, dass es eine Art Vertrag gibt, wenn man als Partner, als Kooperation zusammenkommt. Gibt es denn so etwas wie eine Art Vorlage dafür? Haben wir nicht. Da haben wir auch ganz lange mit den Anwälten geredet. Wichtig war uns, ursprünglich wollten wir einen Vertrag stellen, der auch so ein bisschen Verbindlichkeit dann hatte, was das Ganze rechtlich kompliziert macht. Deswegen, die Vereinbarung ist explizit auch kein Vertrag, sondern ist so ein bisschen auf Letter of Intention. Wohin wollen wir? Was sind unsere Rollen? Die wenig auf der Ebene von, wer muss was machen, sondern eher, das ist unser gemeinsames Ziel, ich könnte das einbringen, der andere könnte das einbringen. Darüber hinaus gibt es dann Kooperationsverträge, die dann auch wirklich sagen, du machst jetzt 5.000 Euro dafür und du stellst einen Mitarbeiter und du kümmerst dich um folgende Geschichten konkret. Das Erste, nämlich diese Kooperationsvereinbarung, ist ein Punkt, der ein bisschen, wenn man will, wie ein Hygienefaktor. Wir haben da keine Vorlage. Wir nutzen immer wieder, klar sozusagen am Anfang steht, was ist unser gemeinsames Ziel, was bringt jeder ein, wohin wollen wir. Es gibt so eine Grundstruktur, aber mehr als diese drei Blöcke haben wir dann auch nicht als Vorlage, die wir zur Verfügung stellen könnten. Auch für das Thema Definition, hier ist die Frage, macht das einen Unterschied in der Formulierung, wenn man die Kooperation auch als Zusammenarbeit oder Unterstützung bezeichnet? Ich würde sagen, nein. Es hängt sehr davon ab, wie die Teilnehmer es sehen. Der Partnerschaftsbegriff ist aus unserer Sicht in der Außenkommunikation derjenige, der auch, also jedem der Beteiligten eine gewisse Rolle gibt, die unter Umständen auch mehr ist in der Außendarstellung, als sie wirklich darstellt. Also manche sind einfach nur Unterstützer und geben irgendwas rein, kommen zum Feiern, geben irgendwas sehr Punktuelles in diese Partnerschaft mit rein. Da ist der Begriff Partnerschaft so, dass er jeden Beteiligten auf ein relativ hohes Maß nimmt. Wenn ich von vornherein spreche, das sind die Unterstützer, mache ich in der Außenkommunikation zwei Ebenen und sage, also das ist so ein bisschen Batman und das ist so ein bisschen der Robin. Ich kann es trotzdem als Gemeinschaft darstellen. Und das sind genau die Themen, die Sie im Rahmen von so einer Kooperationsvereinbarung dann auch sofort spüren, weil, wohin will man? Und wir haben bei den, aus Erfahrung heraus würden wir sagen, versuchen Sie den Leuten auch im Wording eher in die Partnerschaftsrolle reinzugeben und einen kleinen Rahmen deutlich zu machen, da ist er mit dabei, weil es emotional die stärkste Bindung auch schafft und Partnerschaften verändern sich. Also man kann vielleicht als Partner anfangen, obwohl man faktisch nur ein Förderer und Unterstützer ist, aber im Laufe der Zeit merkt man, Mensch, ich gehöre dazu und irgendwie ist mir das wichtig. Ich habe ein Beispiel bei Don Bosco, bei den 200 Stiftern, da sind schon viele auch dabei, das sind, wenn man es sich im klassischen Sinne überlegt, eher Förderer, aber die fühlten sich irgendwann mal nach Jahren zu der Gruppe zugehörig und haben dann auch gesagt, komm, jeder von uns kennt nochmal zwei Leute, wenn jeder von uns nochmal einen Stifter, Förderer, Partner anspricht, dann sind wir schon 400 und dann kam aus der Gruppe heraus Dynamik und das wäre, glaube ich, das entsteht leichter, wenn ich den Partnerschaftsbegriff verwende, als wenn ich nur sage, das sind die Förderer von oder Unterstützer von einem ein bisschen stärkeren Partner. Genau, dieses Problem hat auch hier eine Stiftung, die schreibt, dass es geht auch um eine Kooperationsvereinbarung, der Partner möchte, dass es als Dienstleistungsvertrag bezeichnet wird, weil es ist eine Krankenkasse, die den Namen eben so haben möchte, für ein gemeinsames Projekt. Da auch die Frage, wie weit das problematisch sein könnte, aber ich denke, das geht zu sehr ins Detail. Ja, aber man kann schon, man kann unterscheiden zwischen dem, was Partnerschaft ist in der Außenkommunikation und wie die rechtlichen Strukturen sind. Die können durchaus auch ein bisschen unterschiedlich sein. Wichtig ist nur, dass die rechtliche Struktur, das ist das, was sehr genau von den Einzelnen geklärt werden muss und da gibt es durchaus die Variante, dass einige Organisationen anfangen und sagen, wir machen eigentlich Partnerschaften, aber die rechtliche Struktur dahinter sind entweder Dienstleistungsverträge oder Hilfspersonenverträge, weil wenn eine Stiftung einem Verein irgendwie Geld zukommen lässt, dann muss sie unter Umständen auch so einen Hilfspersonenvertrag machen. Das muss kein Gegensatz sein, solange man sich darüber im Klaren ist, wie man miteinander umgehen will. Und wie kann man vorbeugen, wenn es jetzt um eine Partnerschaft geht, bei der eigentlich beide Partner grundsätzlich den gleichen Zweck verfolgen, also auch die gleiche Klientel ansprechen, dass dies ja ein Miteinander wird und dass die nicht zu Konkurrenten werden? Auch da merken wir, ist ganz entscheidend die handelnden Personen. Also wenn man Organisationen hat, die Konkurrenten sind, aber den Wunsch haben, Sachen gemeinsam weiterzuentwickeln und die Personen selber haben ein Interesse daran, das einfach mal auszuprobieren und das gemeinschaftlich anzugehen und das funktioniert auch auf der Personenebene gut, dann geht es. Also der Stifterverband hat ein deutsches Stiftungszentrum, verwaltet Stiftungen und das Haus des Stiftens hat ein Stiftungszentrum, verwaltet Stiftungen. Wenn man so will, haben wir an verschiedenen Stellen Überschneidungen. Die Deutsche Stiftungsakademie macht selber Webinare kostenpflichtig. Trotzdem sind wir, obwohl wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle als Konkurrenten gesehen werden könnten, waren die handelnden Personen, so wie ich gesagt habe, die Zielsetzung ist, wir wollen da was gemeinsam auf den Weg bringen und wir stellen unsere eigenen Interessen hinten an, um das gemeinsam zu realisieren. Also von der Seite her ist Konkurrenz möglich, soweit die handelnden Personen sich da auf ein Miteinander einlassen. Und ist eine Innengesellschaft, jetzt eine ganz andere Frage, rechtlich oder steuerlich, wie eine Außengesellschaft zu sehen? Die Innengesellschaft, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil die Thematik mit rechtlichen Aussagen zu Innen- und Außengesellschaft sind für mich als Nicht-Jurist immer so ein bisschen kritisch. Also man kann allgemeinen Überblick geben, aber was so genau die Konsequenzen sind da, und das ist dann auch so in dieser Partnerschaft mit den Juristen, so, man muss wissen, an welcher Stelle man sagt, hier ist mein Horizont auch am Ende und jetzt muss für die Detailfragen, muss sich mit einem Fachmann zusammengesetzt werden. Grundsätzlich ist die Innengesellschaft nicht so das Problem, weil nach außen hin schon deutlich wird, die machen gar nichts gemeinsam. Und dadurch ist es steuerrechtlich wohl nicht so kritisch, aber da würde ich bitten, denjenigen, der es interessiert, das wirklich nochmal im Detail mit Fachleuten zu besprechen. Und was sollte man beachten, wenn man eine langfristige Partnerschaft anstrebt, zum Beispiel zwischen einer Stiftung, die dann die fördernden Aufgaben übernimmt, und einer GGBH, die dann dauerhaft für die operativen Projekte zuständig wäre? Also, ich glaube, was gerade, wenn man es neu aufsetzt, wichtig ist, ist bei den Personen am Anfang nochmal deutlich zu machen, wo sind die Kernkompetenzen, wer bringt was ein, und Erwartungshaltungen klären. Wir merken immer wieder auch zwischen Stiftung und GGBH, wir haben eine ähnliche Konstruktion, auch unser Gesellschafter ist eine Stiftung, wir haben enge Kooperationen mit Stifter für Stifter, die auch als Stiftung agiert, wie als GGBH. Wichtig ist, gemeinsam hinzugehen und zu sagen, wo wollen wir hin, wie stark wollen wir diese Kooperationen nach außen hin, auch deutlich machen, um dann an der Stelle die Themen einmal systematisch abzuarbeiten. Je langfristiger das ist, desto wichtiger ist diese Startphase, sich wirklich auch anhand dieser vier Themen, Kultur, Recht, Kommunikation und Prozesse, hinzugehen und zu sagen, wie wollen wir das strukturieren. Ich würde da eigentlich, wenn es eine größere Kooperation ist, jemanden empfehlen, der so einen Prozess begleitet, um einfach von außen an der einen oder anderen Stelle einfach mal zu sagen, habt ihr daran gedacht, habt ihr daran gedacht, gerade wenn es auch mal Konflikte gibt, zu sagen, das ist normal, aber wie kann man es lösen. Also gut in die Planung gehen, ist glaube ich da der Ratschlag. Und als letzte Frage nochmal eine Frage, die auf das Bild Asterix, Obelix, Batman eingeht. Was rätst du, wenn man feststellt, dass man als Projektträger mehr und mehr wieder in die Rolle als Batman reinrutscht, was eigentlich ganz anders gedacht war und dass es eben dann immer schwieriger wird, noch dieses Asterix, Obelix-Gefühl aufrechtzuerhalten wird. Also das haben wir ganz häufig, weil in verschiedenen Organisationen wird von Menschen, die in diesem Alltag drin sind und mit den anderen Kooperationspartnern agieren, deutlich, wir müssen agieren als Asterix und Obelix. Häufig ist Geschäftsleitung oder auch Vorstand in der Rolle, dass sie sagen, also eigentlich sind wir Batman und wir wollen da eigentlich nur ein bisschen ein paar Robins haben und jetzt bringen wir mal aus deinem Partnerkreis einfach ein paar, die uns entsprechend als Robin unterstützen. Das ist eine echte Gratwanderung und da haben wir auch kein Patentrezept. Das Einzige, wo wir merken, dass Dinge sich im Laufe der Zeit verändert haben, ist, wenn wir die Leute, die sich als Batman, die die Batman-Idee oder Brille aufhaben, dass man sie zusammenbringt mit den Leuten, die in Asterix und Obelix-Konstellationen aktiv sind und merken, was sich aus so einer Partnerschaft entwickeln kann. Wenn sie da kein Gefühl kriegen, wie der andere tickt, sondern immer nur von außen her sagen, wir sind eigentlich Batman und jetzt bringen wir ein paar Robins, dann wird es wirklich schwierig. Herzlichen Dank. Das war Philipp Hof vom Haus des Stiftens zum Thema Kooperationen und Partnerschaft. Die Unterlagen, wie gesagt, schicken wir Ihnen zu. Ich hoffe, Sie haben noch Zeit für das nächste Webinar. Es geht jetzt um das Online-Fundraising und ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich. Den Link dazu habe ich Ihnen auch im Chat gepostet. Wir freuen uns auch, wenn Sie morgen wieder dabei sind und sogar am Sonntag wird es noch ein Webinar geben. Morgen dann die Vermögensverwaltung und das Projekt im Ausland. Auf jeden Fall jetzt schon Ihnen allen ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss, wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.